Star Wars aus der Sicht der Unternehmer. Ja, fehlendes Fachgeschäft und Ideen und Spiel. Früher waren 15.000, jetzt sind wir 541, mittlerweile nur noch 540, weil meiner einer verabschiedet sich auch daraus. Kein Idee und Spiel mehr, kein fehlendes Fachgeschäft mehr, nur noch reine Dienstleistung, total und recht herzlich willkommen bei der Dienstleistung. Dienstleistung bedeutet kein Online und auch kein Online-Geschäft und Star Wars, winke winke, ciao ciao, etwa nett mit euch. Warum, wieso komme ich jetzt dazu? Ganz einfach, Star Wars ist und bleibt ein amerikanisches Produkt und meiner eine hat sich durch fehlendes Fachgeschäft und Ideen und Spiel sich jetzt hingesetzt, weil er dazu Zeit hatte, er hatte richtig Zeit und hat also mit denen alle mal so, ja, sich unterhalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Star Wars ist, bleibt, amerikanisches Produkt und wird sich gewaltig verändern. Die Figuren sehen anders aus, kantiger auf die ankommen, weiß ich nicht. Leider ist so die 5er, 6er Generation angesprochen, die es noch nicht so gibt, die kleinen, kleinen aufwärts. Ich hatte ja auch letztens schon mal gesagt, ich habe nichts ergeben, wenn Pluto plötzlich Chewbacca und wenn Donald Duck plötzlich dann ein Auf-Hand-Solo macht. Ich habe mir das alles angesehen, ich habe mir die kantigen Sachen, ich rede jetzt mal die Wahrheit. So, die Wahrheit Star Wars ist ein Produkt, was vermarktet wurde, lange genug, und jetzt auf Stillstand durch Disney. Disney hat diesen Schnitt gemacht. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst es nicht. Viele mussten sich verändern, viele mussten aufgeben, und somit ist auch vieles anders geworden. Die Fachhändler heißen jetzt anders, die haben jetzt das Produkt Star Wars rausgenommen, mein Kollege nebenan, der an sich nur für Märklin zuständig ist, hat ja Revell. Im Revell-Bereich hat er Star Wars regelrecht rausgemanscht, ja, so wirklich um bis zu 70% raus. Ihm war dann auch egal, ob die Schaufenster bestrahlt wurden, und wir hatten ja mächtig harten Winter, mächtig harten Sommer hatten wir. Ja, ob der mächtig harte Winter kommt, wissen wir noch nicht. Also 2018 fühlt sich sowieso Star Wars vernachlässigt an. So, ich habe mich mit diesen 40.000 Hassern, es gibt auch Rubriken bei Facebook, wo die Hasser sind, also ich habe mir die Mühe gemacht, mal zu sprechen, Auge in Auge, und ich habe mir das gemacht, alles mal wow, wow, wow. Ja, also Star Wars ist eine Luftblase und die ist geplatzt. Star Wars war ein Spiel, wollte Bildshaltung wieder nach vorne bringen, ja, BioWare, also alles geht um Knete. Einige haben sich manifestiert, für krebskranke Kinder rennen sie da in Kostümchen rum, hat sich auch verändert mittlerweile, macht das Captain Sparrow. Ja, also alle reiten da irgendwie auf Kinderkrebs und so weiter herum, um Kohle zu machen, mehr ist das nicht. Weil bis zu 55 Prozent verschwindet in den ihren Verwaltungsgebühren, ja. Der Rest von 35 wird vielleicht mal ausgezahlt. Meistens, das war damals schon, wir haben damals Schallplatten verkauft, ja, Schallplatten, also was gab es mal, ähm, 2 Euro, äh, Quatsch, 2 D-Mark für die Kinderkrebskacke da, oder, ne, der Rest verschwand. Ja, die Schallplatte kam aber 45 D-Mark, 39 D-Mark, 55 D-Mark, das ist kein Scherz, ja. Waren limitierte Auflagen, die dann irgendjemanden da schützen oder helfen sollten. Denn das gab es ja schon immer, irgendwelche Hilfe, nur wir waren vor Ort, ja. Deutsches Rote Kreuz und wie die alle geheißen haben, die waren vor Ort, so. Wir waren auch bei Star Wars, involviert, gearbeitet und gemacht und getan. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, ich meine, macht ja auch heute noch Spaß, äh, äh, wenn man das sieht, was die da machen. Ja, unheimlich viel Laune, die trainieren und so weiter und dann die Kameras und im Grünen und, äh, wie die da miteinander reden mit lauter Püppchen da und Kamera, äh, es sieht toll aus. Es macht richtig viel Spaß zu sehen, wie die arbeiten. Aber es ist schade zu sehen, wie der Verbraucher nachher im Kino sitzt und den Kopf schüttelt. Oder hier vor laufender Kamera, nein, vor laufender Kamera tun sie es nicht, sondern hinter der Kamera an dieser Theke, geben sie da einen Kund. Ne, keinen Bock mehr. Man merkt es richtig, hier um mich herum, äh, hat mit Star Wars nichts mehr zu tun. Die möchten andere Sachen haben. Ja, Marvel Sachen, DC Sachen. Ich habe also mehr Marvel und mehr DC hinten im Studio fotografiert und so weiter und auch Cosplayer hier gehabt wie Star Wars. Die wenigen, da möchte ich mich heute bedanken, die halt mitgemacht haben, die in der Sendung waren, ähm, wie gesagt, der Aufruf war ja immer noch, ihr könnt, kommt ja nichts, kein Echo, ich kann ja aufrufen, wie ich will, ja. Ne, guckt vorbei, wir machen und so. Nein, weil jeder Star Wars mittlerweile als Geldquelle sieht, ja, sammeln, Figuren sammeln, verkaufen, ich habe es ja hier, kann man kurz so machen. Ja, ich habe, äh, für wenig Geld den R2-D2. Der kostet mittlerweile 998. Verpackt, ich hatte ihn unverpackt und da ich ihn ja für die Kamera gebraucht habe, für die Sendung gebraucht habe, habe ihn ja so mehrfach in der Hand, ich habe ihn auch zu Hause mal so richtig, äh, laufen lassen, habe mit ihm gequasselt und so weiter, deswegen habe ich gesagt, okay, ne, bekommst du halt mal. Morgen! Morgen! Wie immer nicht? Ja, wie immer, ab in die Mitte, jawoll. Ihr seid bei dieser Live-Schnitt-Sendung, die ich mal so mir ausgedacht habe, auch das wird alles irgendwie wieder eingestellt, ähm, weil es war ein Riesenspaß und irgendwann ist der Spaß zu Ende. Das Sommerloch hat ein bisschen gezeigt, wir haben also Schmuddelwetter, warmes Wetter, heißes Wetter und, äh, die Leute sind halt ein bisschen träge, bisschen flüssiger oder halt nicht da, weil sie Urlaub haben. Und so ist auch Star Wars. So, Disney möchte nicht, ja, Disney will unbedingt Geld machen. Punkt. Spaß? Ah, Spaß kannst du haben, aber nur hinter der Tür, nicht öffentlich. Sammeln? Sammeln doch, was du willst, aber nicht öffentlich. Disney will jetzt nicht. So, viele meiner Kollegen heißen jetzt anders, viele meiner Kollegen, gibt es gar nicht mehr. Und wie gesagt, wir waren 15.000, 15.000 Fachgeschäfte, 541. So, Kölner Straße 46, Idee und Spiel, bei Google eingeben, Google Idee und Spiel. Dann seht ihr auch das Bild, hier nebenan, meines Kollegen. Das ist ein Fachgeschäft, fast 100 Jahre Tradition, 100 Jahre Tradition. War erst oberhalb unseres, an der Autobahn, jetzt sind sie mittlerweile hier. Jetzt hat der Sohn es übernommen mit 50, will noch 10 Jahre mindestens Gas geben. Er macht natürlich online. Er verkauft das alles online, weil er ja genügend hat. 100 Jahre Ware. Von einer Wahnsinns-Lock, die richtig Geld kostet, bis einer Lock für einen Zehner, 50er. Außer Sammelkisten. Oder Schienen für einen Euro. Ist für einen, der Märklin liebt, Bahn liebt, baut. Okay. Wie gesagt, Revelle hat er ein bisschen rausgehauen. Star Wars lag im Schaufenster, sah auch dementsprechend aus, wie sie gesagt haben. Aber schau dir mal an. Egal. Haben wir eingekauft, weitergegeben und so weiter. Als Fachhändler. Als Fachhändler sieht die Welt anders aus. Es bröckelt alles, man bekommt nicht alles. 2012 war noch die Hochburg, da konnte man. Und wie Star Wars noch so richtig am Zenit war, ganz weit oben. Da bekam man so gut wie gar nicht. Man kam da gar nicht dran. Da bestellt einer gerade wieder seinen PC. Muss da wieder hin. Da sind wir auch schon bei Dienstleistung. Wir sind reine Dienstleistung meiner eine AWMobil Filmfotoproduktion etc. pp. Dienstleistung. Copyhaus Medienhaus. Nichts anderes mehr. So. Es war eine Versuchsebene, Filme zu machen, Spaß zu haben und so weiter. Aber alles, was so eintrudelt, sind doch merkwürdig. Fotografieren heimlich oder dies oder das. Oder während der Dreharbeiten wird das Handy gestohlen und so. Also nix weltbewegendes. Also jetzt keine Wahnsinnssachen, die Spaß machen. Oder wenn man so, äh, 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 für heiß, ja, kein Bock. Äh. Also es gibt nix, ähm, also machen wir das alleine. Hallechen. Hallo. Hallo. Ihr merkt schon, ist heute viel los. Wie gesagt, wir hatten ne Versammlung. Fehltes Fachgeschäft, Schrägstrich. Hi. Das Wetter scheint doch, das Wetter scheint doch so gut zu sein, dass... Na, ihr merkt schon, ich muss es immer schneller. Es ist eine Art Live-Sendung, die ich aber nicht live schalte, weil ich dann unterschreiben lassen müsste wegen den Kunden. Deswegen unterbreche ich, aus Sicherheitsgründen erkläre ich nochmal solche Videoclips. Diese Videoclips sind live bei der Arbeit. Ihr seht, viel zu tun, wenig zu tun. Ich hab Zeit zu reden, aber ich hab keine Zeit zu reden. Das ist natürlich angelehnt an Star Wars Disney. Disney verändert. Disney macht anders. So, das waren mal Highlights. So, die beiden hier zusammen, kann einem schon circa 100 Euro kosten. So, 100 Euro für zwei Figuren, muss man natürlich schwer überlegen. Morgen, Grüße. Kannst du dich schon an mich erinnern? Okay, Paradiesvögel gibt es auch, die dann zwischendurch reinschneiden da. Also noch einmal, die beiden zusammen können 100 Euro kosten, die beiden zusammen können auch nur 20 Euro kosten, je nachdem wo er es kauft. So, heute mach ich mal so ein Händler-Video. Wir Händler kaufen ein und versuchen es zu verkaufen. Wir sind also keine Fan. Bisschen Fan, boah, das ist eine tolle Sache. Ich mein, mein Kollege nebenan, wie gesagt, vieles Fachgeschäft, Körnerstraße 46, möchte am liebsten auch Eintritt nehmen. Zwei bis fünf Euro. Da hab ich gesagt, komm, lass uns doch lieber ein Video drehen, damit die Leute bei dir vielleicht noch mehr online kaufen. Du musst das so sehen, dass du einen riesen Laden hast, von ein paar hundert Quadratmeter. Vorher war da Rewe drin, jetzt ist halt er da drin. Ein riesen Fachgeschäft mit Eisenbahnzubehör und so weiter. Dass die Leute nur noch schauen, normal. Oh, toll, haben sie aber schöne Sachen. Oh, sieht das gut aus, genial. Und dann gehen die wieder. Natürlich. Er hat da seine Minuten oder halbe Stunde verbraucht und hat nichts verkauft, weil er Händler ist und es verkaufen muss. Meine eine hat damit nichts zu tun. Ich möchte das auch gar nicht. Ich möchte einfach nur darauf, weil wegen der Sendung hatte ich ja die Sachen eingekauft, die jetzt so langsam jedes Jahr im Dezember dann verkauft werden. Ja, dieses gute Stück hier, dieser Reven, den gibt es mittlerweile amerikanisch so um 21,99 Dollar. 21,99 Dollar mittlerweile. Alles auch das hier für 21, 22 Dollar. Ja, brauchst du jetzt nicht bestellen, weil danach kostet sich Geld. Mit Zoll und was nicht. So, dieser Reven hier kam zwischendurch 154, 159 Euro. Ja, dann kam er 79,95 Euro. Jetzt mittlerweile 21,99. So. Zweiter Wave, will keiner haben, interessiert sich keiner dafür. Der erste Wave, also es wird sehr viel gehandelt damit, ja. Untereinander getauscht und so weiter und so fort. Es ist wahre. Merkt ihr schon, Star Wars ist reine Ware. Deswegen klippten einige aus, weil sie nichts mehr verkaufen konnten oder weil Disney ihnen das verboten hat. Gar nicht rasten die aus. Das ist richtig. Die paar Fans, also die 40.000 waschechte Fans, die sich mit Star Wars, also mit diesen Figuren, mit diesen identifizierten, sind ausgerastet. Ist klar, weil sie können sich damit nicht mehr identifizieren. Die Figuren sehen anders aus, die Story ist anders, es wird umgestaltet. Sie kommen damit irgendwie nicht klar, weil sie alles abgeben müssen, weil dann ist es vorbei. Es ist vorbei, sie müssen jetzt neu. Die neuen Figuren habe ich jetzt hängen, die bleiben jetzt auch hängen. Deswegen hat sich auch keiner für interessiert. Zum Beispiel 6inch für oder von Hasbro. So, die Figuren, wie gesagt, könnte ich jetzt alle hier so hoch. Vielleicht mache ich auch mal irgendwann mal so eine Figuren-Sendung. Äh, nicht so eine Feedback-Sendung, wo gearbeitet wird, wo mitgearbeitet wird. Wie gesagt, null Resonanz. Die werden weiterhin da stehen. Irgendwann, irgendwann werden die verstauben, weil dann gibt es nach E9, nach E9 interessiert sich keiner mehr für Rey, keiner mehr für Kylo. Ist halt so. Ähm, ja, Star Wars verändert sich. Ja, ich bin kein Fan, ich bin Händler, ich bin Dienstleistender. Ich stelle her und habe Ideen. Meine Ideen habt ihr gesehen, die habe ich bei YouTube niedergelegt und habe von auf einer Kamera gesagt, du kannst dabei sein, du kannst mitmachen etc. pp. Hat nicht geklappt. Ja. Denn was nicht klappt, ist doch nicht schlimm. Ne? Also noch einmal, die kann jeder mitmachen, kostet kein Geld. Im Notfall gibt es Geld. Und, äh, wenn man etwas Schönes produzieren möchte, irgendwas Schönes, was andere zuschauen, Lust haben. Ne? Ich mache jetzt so einen auf Haver, Professor Haver, der dann erklärt, oder Lesch. Ne? Ich erkläre den Kosmos, ich erkläre Star Wars. Ja, diese Figur, wunderbar hergestellt, sieht schön aus. Wenn du das magst und die Verpackung ganz leer ist, kannst du auch damit Geld verdienen. Also einige Kinder mussten sich das hier schon anhören, wenn der Papa gesagt hat, ne, ne, also, da darf nichts dran sein. Ne? Da darf nichts dran sein. Ja, dann kannst du es haben. Ist in Ordnung. Kann man da ein bisschen weniger haben, nichts verkaufen. Ja, ja, ist klar. Ja, ich soll den für einen Zehner geben, ja? Ich habe den schon für weniger Geld gegeben. Nachher habe ich den am Schaufenster vorbeirennen sehen, schön verpackt und am Schmunzeln und habe es dann für gutes Geld verkauft. So. Ein Handel, Star Wars Handel, was anderes ist es nicht. Ja? Figuren Handel, äh, du, äh, hast du nicht, äh, ich mache einen auf krebskranke Kinder, den möchte ich dazu kommen lassen. Ich weiß nicht, ob ein krebskrankes Kind so eine Figur braucht oder was anderes braucht. Das ist eure Entscheidung. Ja, aber ich soll den für einen Fünfer abgeben. Ja, gerade auch hier, so ein Fall. Ich habe der Dame gesagt, äh, lass uns sein, aber egal. Es gibt so Vögel, die jedes Jahr zu Weihnachten hier reinrauschen und irgendwie schnell Geld brauchen. Naja, ist egal. Eine wunderschöne Story da erzählt. Ist nicht. Betteln, hausieren, verboten. Habe ich nichts, mache ich auch nichts, will ich auch nichts. Betteln, hausieren, verboten, will ich nicht, mag ich nicht. Ich mag es auch nicht, wenn ihr unbedingt diese Figur für einen Fünfer haben wollt. Wenn ihr es noch haben wollt, dann bezahlt die 21,99 Dollar. 21,99 Dollar hier in Amerika. Ihr wisst nachher, wie teuer die wirklich wird. Ja, mit Zoll und so weiter. Ist halt so. Oder rennt rum, ja, versucht sie bei Real, bei Rewe oder andere Discounter da, Aldi. Ja, also es ist eine reine Vermarktungswirtschaft, hat mit Fansein nichts zu tun. Wer sowas sammelt, ist okay. Er sollte es sammeln, aber er soll nicht hergehen, es sammeln und damit Geld zu machen. Bringt nichts. Sieht gut aus. Ich habe mir diese Figur kommen lassen, weil ich das Originalkostüm hier habe. Und ich möchte es mir irgendwann mal so zuschneiden, weil ich Spaß daran habe. Ich mache das natürlich nur dann, wenn ich Zeit und so weiter. Und so wie jetzt, will einer einen Computer hier mieten. Ja, ihr könnt auch Computer mieten hier. Ich renne eben hin. So, der Computer ist vermietet. Der kommt gleich. Sobald er kommt, muss ich wieder unterbrechen. Deswegen mache ich wieder schnell, bevor der nächste Kunde vorbeikommt. So, hier die Destiny Figuren. Die Destiny Figuren, die gab es auch schon mal für einen Fünfer. Ist kein Scherz. Die gab es auch schon mal für einen Fünfer. Da habe ich auch gestutzt. Wie komme ich jetzt alles so an diese Figuren? Wegen der Sendung. Wegen der Idee. Ich hatte eine Idee, eine sogenannte Star Wars Sendung zu machen. Nur Rücksprache mit Disney. Nein, nein, nein. Ja, Disney will nicht. Darf nicht. Und so weiter. Und deswegen mache ich ja so eine Art, da habe ich gesagt, gut, Fan-to-Fan-Serie. Ich bin Fan. Ich bin in Wirklichkeit kein Fan. Aber ich bin Fan von Star Wars und habe dann darüber gesprochen. So wie diese Figuren. Das ist ein reines Spielzeug auf Deutsch gesagt. Weil grätschig jetzt in den Beinen bewegt sie sich. Das ist so eine Einheit hier eingesetzt. Wie so eine Schere bzw. Zange. Und diesen Zang-Modus bewegt sie sich. Kann man hier wunderbar auch sehen. So. An der Figur gefällt mir halt, dass Lea dabei ist und ein Zusatzteil R2-D2. Ja, ich meine für das Geld, was die jetzt postet, müsst ihr mal rumgooglen, ist das vollkommen in Ordnung. Hier Prinzessin Lea in der Variante. Fand ich auch sehr gut. Auch Destiny fand ich sehr gut. Weil die dann erklärt haben, wie die an diese Klamotten gekommen ist. Ja, er hier ist ja wirklich, ist ja hier unheimlich bekannt. Ähm. Wicked. Wicked. Wicked ist ja bekannt. Viele mögen Wicked. Wir haben auch die Bilder von Wicked. Wir haben auch die Figuren von Wicked. Eine Zeit lang verkauft, weil die Kunden, wie gesagt, wir stellen die her. Wir haben Künstler, Artkünstler. Es hat so viel Spaß gemacht. Aber die Artkünstler verdienen kein Geld. Ähm. Die Cosplayer verdienen kein Geld. Ähm. Die Anbieter verdienen kein Geld. Ähm. Alles Seifenblasen, alles Oper. Ähm. Und das bringt dann nichts. Das bringt nichts, gar nichts. Und, ähm. Als Händler spreche ich heute mal, äh, darüber, wie gesagt, ich persönlich möchte die gar nicht verkaufen, weil, wie gesagt, ich hab die ja besorgt für die Sendung. Damit ich die in die Hand nehmen kann, darüber sprechen kann. Ähm. Ich hab nicht das große Vergnügen wie andere, die gesponsert werden. Tutorial zum Beispiel. Wenn man ein Tutorial macht, wird man gesponsert. Dann bekommt man diese Figur, dann soll man über die Figur reden. Man bekommt auch, äh, Einleitung, was man darüber reden kann. Man öffnet aus dem Karton, holt die Figur raus, zeigt die, wendet die. Und so ein Tutorial, ne. Solche Videoclips gibt's ja auch. Äh. Das sind alles so wunderschöne Ideen. So seitdem jetzt man mit YouTube nicht mehr Geld verdienen kann, weil wer mit YouTube Geld verdienen möchte, muss nachweisen, dass er damit leben muss. Oder davon leben muss. Dann kann er da auch Geld mitverdienen. Also die Zeit ist bei YouTube auch vorbei. Ihr merkt, dass überall alles vorbei ist. Äh, jeder versucht ja irgendwo Geld zu verdienen. Aber es versucht zu schnorren, wie gerade eben da eine wunderschöne Geschichte erzählt. Ähm. Und da der aber so oft kommt, kann ich auf diese Geschichte nicht eingehen. Äh, schnorren, betteln und hausieren ist bei mir nicht. Mag ich nicht. Ich muss auch hart, 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 sehr hart für mein Unterhalt arbeiten. Sehr hart arbeiten. Selbst und ständig. So. Und solche Figuren einzukaufen, wo ich jetzt weiß, dass ich sie niemals mehr losbekomme. Und dann kriege ich sie los für weit runter, 5, 5 Euro oder 7, 8, 9 Euro. Natürlich im Moment nicht. Ihr könnt ja alles kontrollieren bei Google. Ihr könnt alles kontrollieren bei Amazon und so weiter. So. Die Einkaufshändler. Ich bin Einkäufer. Ich kaufe Ware ein. Schaue sie mir an. Und bin dann der Meinung, könnte man vielleicht verkaufen. Das ist meine Welt. Also meine Welt ist die Welt von Unternehmern. Ja. Ich muss dafür Steuern zahlen. Die IHK will Geld haben. Die Gebühren wollen Geld haben. Ja. Hiermit verdiene ich kein Geld mehr. Ich verdiene kein Geld damit. Die Zahlen sind vorbei. Da sind mit YouTube da ein paar hundert Euro in die Kasse spülen. Keine Chance mehr. So. Deswegen mache ich solche Mini-Clips. Keine Ahnung. Einige kommen damit nicht klar. Die wissen nicht, was das ist. Weil immer unterbrochen. Es gibt immer diese Nörger. Die sind extra. Die sind immer da. Also es hat sich so etabliert. Unser eins versucht aus Spaß, Freude irgendwas zu machen. So eine Art Unterhaltungs-Sendung. Ja. Und schon kommt einer da. Und... Ist halt so. Grüße. Hi. Moin. Moin. 1977, 78, 79 und so weiter. War Krieg der Sterne und Star Wars geboren. Grüße. Hi. Hi. Computer ist frei, ja. Gerade mit einigen gesprochen. Die September-Sendung wird heißen, du warst Star Wars Fan. Yep. Wir auch. Wir waren auch Star Wars Fan. 1977 gab es Pappe. Das war 1977 die erste Figur Darth Vader. Man bekam eine Pappe. Und dann konnte man diese Figuren einzeln dann nachkaufen. Deswegen hieß es damals, jeder Star Wars Fan hat ca. 12 Figuren zu Hause. Ja. Das war halt so. 70er Jahre. Heute haben einige Kellerräume voll. So wie wir halt als Händler haben wir natürlich immer voll. Bis hinterher Händler und keine Fans. So. Ich will heute diese sogenannte Sendung machen. Wie es mal war. Du warst Star Wars Fan. Wir auch. Oder ich auch. Die neue Sendung ab September ziehe ich das wieder mal gnadenlos alleine durch. Dann werde ich wieder alleine vor der Kamera irgendwelche Sachen machen. Du bist Star Wars Fan. Ich auch. So. Neue. Also das waren die damaligen Sachen. Wie gesagt auf so einem Pappenaché. Man hatte das ja bei Wind Siegen. Dann nochmal versucht rauszuhauen für 59,95. Das ist momentan jetzt weiß ich nicht. Grüße. Hi. Wie immer. Ist frei. Alles frei. Irre. Sind heute lustige Dreharbeiten. Ihr seht. Ich muss immer unterbrechen wenn der Kunde kommt. Ach komm. Ich red mich nicht auf. Wer diese Videoclips nicht ab kann oder nicht mag. Braucht nicht gucken. Schalt ab. Also wie gesagt. Früher. 77er Jahre. Etc. Gab sowas. Kenner. Und ja. Ach. Wir wissen ja. Heute wissen wir ja die alle. So. Und damit fing alles an. So. Heute wollte ich hier gerade rein. Bin ja gerade wieder unterbrochen worden. Ist es ja mit dem Force Link. Ja. Force Link ist eine sogenannte Bluetooth Geschichte. Mit Bluetooth unterhält man sich. Zwei Batterien rein. Dann geht's los. Hallo. Hallo. So. Versuche ich es nochmal. Heute ist viel los. Merkt ihr schon. Ich muss heute sehr viel unterbrechen. Bei dieser sogenannten live erstellten Sendung. Live bei der Arbeit. Live mit Kunden. Mache ich diese Art von Videoclips. Wie gesagt. Das ist heute auch so ein Abschluss. Abschluss. Ja. Ich schließe mit allem ab. Ich werde also die nächste Sendung sagen. Du warst. Du warst. Star Wars Fan. Ich auch. So. Dann schwelgen wir. Wie gesagt. In der neuartigen Geschichte hier. Des Force Links. Ja. Mit Bluetooth. Mit diesem Force Link. Am Arm. Kann man dann. Kann man dann. Dieses Auto. Ja. Kann man dann. Zum Leben erwecken. Hallo. Ich komm. Hallo. So. Force Link. Force Link. Bluetooth. An sowas. Ja. Heute hat ein bisschen viel zu tun. Trotzdem mache ich diesen Witz hier im Videoclip. Also. Mit diesem Force Link. An deinem Arm. Das gute Stück. Verbunden. Hörst du dann die Geräusche. Es gibt Star Trooper. Die sprechen nicht. Schießen aber. Zum Beispiel. Ähm. Oder. Die andere Figur. Ja. Fliegt. Die Töne. Wenn man Glück hat. Sprechen die aus. Müsste mal gucken. Ich hab sie ja halt noch nie gehabt. Die hatte ich ja vor. In der Sendung. Jetzt mache ich aber eine neue Sendung. Du bist. Oder du warst Star Wars Fan. Ich auch. So. Ich war Star Wars Fan. Du auch. Das bedeutet. Man ist halt kein Fan mehr. Man hat sich abgewendet. Aber. Man schwelbt in der Erinnerung von Krieg der Sterne. Man schwelbt in Rebels. Man schwelbt in diesen Clone Wars. Was heute zehn Jahre alt wurde. Sechs Jahre Material. 122 Folgen. Konnte man sich anschauen. Dein Regenschirm ist bei. Bei. Äh. Genau. Bei Yoda. Kommen wir jetzt mal zum Schluss. Wie gesagt. Heute. Heute ist ziemlich viel zu tun. Ähm. Mit Force Link nochmal. Jetzt wollte ich ja auch. Dieses gute Stück hier. Wie gesagt. Den mit Bluetooth verbunden. Und durch das Bluetooth. Kann man spielen. Spielen mit 60. Bestimmt nicht. Ich spiele nicht. Ich bin auch kein Fan. Und ich sammle nicht. Weil. Ich sammle andere Sachen. Nein. Ich sammle nicht. Ich bin kein Jäger. Ich bin auch kein Sammler. Ich bin ein Händler. Betreiber Handel. Und äh. Und äh. Mein Kollege nebenan. Mit seiner Märklin. Er will irgendwann mal Eintritt nehmen. Zwei Euro. Fünf Euro. Die er nachher beim Verkauf anrechnen würde. Ja. Weil. Oh. Bist du Fan? Oh. Super. Super. Ich meine. Wenn man in ein Fachgeschäft geht. Ähm. In ein richtiges Fachgeschäft. Da kann man nicht sagen. Bist du Fan. Hallo. 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 Du warst. Star Wars Fan. Ich auch. Heute bin ich zu alt dafür. Mittlerweile kein Interesse. Wie gesagt. Komm gerade aus dem Fachbereich. Idee und Spiel. Fehl ist. Fachgeschäft. Gibt es alles nicht mehr. Von 15.000. Oder über 15.000. 541. Da kommt mein Kollege nebenan. Mit seinem Märklin. Und so weiter. Der sein Geschäft online führt. Und mittlerweile Eintritt nimmt. Weil die meisten ja nur noch gucken. Komm. Zwischen 2 und 5 Euro. Ähm. Fachgeschäfte sterben. Meiner Einer ist halt. Dienstleistung. Äh. Was ich jetzt gerade. Während ich unterbrochen habe. Spaßigerweise. Hatte. Das war halt so. Weil wir ja noch Fotosession. Und Film machen. Ähm. Erleben wir natürlich viel. Darüber darf ich leider nicht reden. Deswegen. Habe ich dieses. Ins Leben gerufen. Weil die Kamera ist ja immer online. Die Kamera ist ja immer da. Und da habe ich gesagt. Gut. Da kann man so eine Art Abfall Video Clip machen. Kommt an oder kommt nicht an. Ähm. Muss jeder selbst entscheiden. Wenn ich jetzt hier. Wie gesagt. Über Star Wars Philosophiere. Du warst Fan. Ich war Fan. Habe das auch gesammelt. Du hast es auch gesammelt. Heute sammeln wir nicht mehr. Weil sich Star Wars verändert hat. Star Wars arbeitet jetzt. Wie so mit Force Link. Früher war es halt so eine Sache. Mit so einer. Ähm. Schiene. Bevor man drüber dann sprachen. Die. So Sprachmodule. Und so weiter. Mit Comlink. Ne. Dieser Comlink. Den konnte man. Mit diesen Sprachmodulen. Die an einer Kette geführt wurden. Es war eine schöne Sache. Äh. Wie noch sehr viele Sammler hier waren. Äh. Wie wir noch Sammler selber waren. Macht es viel Spaß. Wie gesagt. 1977. 99 kam der Hype. 1995 kam die Zebit. Hat. Ähm. Das Internet nach vorne gebracht. World Wide Web. Und User. Und so weiter und so fort. Tolle Filme. Star Wars wurde dann. Richtig schön gehypt. In zehn. Also jetzt nur noch neun Jahre. Oder. Wenn das hier zu Ende ist. Acht Jahre. Acht Jahre noch. Und dann haben wir 50 Jahre Star Wars. Schauen wir mal. Was Disney daraus macht. 50 Jahre Star Wars. In acht Jahren. Ja. Schauen wir mal. Was dann auf uns zukommt. So. Das war's. Wie gesagt. Du warst Star Wars Fan. Ich war Star Wars Fan auch. Ähm. Wobei. Es lohnt sich nicht mehr. Darüber zu philosophieren. Wie gesagt. Ist halt so. Es hat sich so ergeben. Äh. Der Stammtisch ist zurückgerutscht. Also wir haben keinen Stammtisch mehr. Wir haben auch keine Werbung mehr. Keine Star Wars Werbung mehr. Auch kein Stammtisch mehr. Die Figuren sind wie gesagt. Äh. Jetzt nur noch Dekoration. Und wenn einer mal eingekauft. Gut. Äh. Müssen wir diese Lücke füllen. Kleben wir da irgendein Plakat rein. Äh. Dann war's das. Also wie gesagt. Star Wars bringt nichts. Darüber zu philosophieren. Star Wars verändert sich. Geht kein Weg dran vorbei. Disney will das so. Ähm. Die Figuren sehen werden anders aussehen. Das ganze Design wird anders aussehen. Die Geschichten werden anders sein. Deswegen. Du warst Fan. Ich war's auch. So. Und heute lehne ich mich nur zurück. Und genieße. Ich genieße Star Wars. Ich schau mir Star Wars an. Ich mach mir keinen Kopf. Äh. Mir ist auch egal. Wenn's mir nicht gefallen sollte. Mach ich's aus. Bis jetzt war's nicht der Fall. Auch. Äh. Wenn da drüber philosophiert wird. Dass. Äh. Neun. Äh. Halbiert werden sollte. Ich meine. Irgendeiner macht da irgendetwas. Ich bleib bei der Wahrheit. Nichts. Also die Wahrheit. Hier. Figuren oder nicht Figuren. Sammeln oder nicht sammeln. Äh. Ich hab jetzt keine Interesse da irgendwelche Klöpse in den Himmel zu ballern. Äh. Star Wars wird jetzt halbiert. Ja. Aus Neun wird. Neun A und Neun B. Beteilt also zweimal ins kino gehen. Meine lieben Freunde. Avatar kommt, Avatar kloppt sich dann in der Weihnachtszeit mit Star Wars. Ja, also es wird ziemlich ungemütlich werden, weil Superfilme kommen während drin, die dann kollidieren mit Star Wars. Weil Star Wars soll ja in die Unendlichkeit, jedes Jahr soll ein Film kommen. Dieses Jahr war Han Solo. Han Solo haben wir ja hier als Flop, hängt er da an der Wand. Wer gibt jetzt hier 40 Euro für aus, 39,95. Eine Figur ist bei, Han Solo ist hier in diesem Case mit enthalten. Der Stormtrooper und der Polizeitrooper, die machen nur Geräusche. Was hier alles an Geräuschen dabei wären, weiß ich nicht, die soll ich jetzt noch nie ausgepackt. Die, die es lesen, können auch drunter schreiben. Aber Jugendliche, wie gesagt, schauen sich diese Sendung nicht an. Jugendliche schauen auch so einen Uralt-Fan von 77 auch nicht an. Deswegen, du warst Fan, ich war auch Fan. Und dabei bleibt es. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit euren Sachen und das war's. Hi, grüße. Du warst Star Wars-Fan, ich auch. Die neue Sendung, es war einmal. Es war einmal vor langer Zeit, in den 70er Jahren, wo alles angefangen. Und wir dann halt dort mit bei waren. Heutzutage, die Kurzplayer haben sich verändert, alles verändert sich, dank Disney. Deswegen konnte man auch wunderbar nachvollziehen, dass diese 40.000 am Ausrasten waren. Das viele, wie gesagt, Disney regelrecht hassen, aus welchem Grund auch immer. Es sind aber Disney-Hasser. Es sind nicht Star Wars-Hasser. Star Wars kann man sich auch selber ausdenken. Man kann seine eigenen Geschichten, aber das ist man für sich. In diesem Alter, wo man Fan war, kann man schwelgen und nachdenken und philosophieren, wie schön es mit Star Wars war. Man war zusammen, man hat philosophiert, man hat sich unterhalten. Und jetzt, wo jeder für sich selber oder gar nicht mehr und hin, ach, da waren noch Zeiten, ich habe noch ein paar Figuren über. Hätte ich mal gewusst, dass das und so. Ich meine, das habe ich ja alles erlebt. Das habe ich ja wirklich alles erlebt, dass hier kofferweise angebracht wurde. Jemand hatte es filigran aufgeschrieben und wollte 3.500 Euro für seine Figuren haben. Das war so interessant alles. Das hat so viel Spaß gemacht. Aber, ja, wenn man heute mit den Fachleuten zusammengesessen, dann kann man nur noch sagen, Dankeschön, dass es mal so war. Von 15.541, jetzt nur noch 540, weil ich mich heute auch verabschiede. Ich mache nichts mehr mit vieles Fachgeschäft oder Idee und Spiel. Mein Kollege, wie gesagt, will demnächst Eintritt nehmen, weil die Leute nur noch schauen und gucken und super und was weiß ich nicht alles. Bei ihm kann man halt wunderbar online alles kaufen. Deswegen macht er auch seine Geschäfte und ich drücke ihm auch die Daumen, dass er noch mindestens 10 Jahre das durchhält. Ich bleibe bei meiner Dienstleistung, bin Dienstleistender im Bereich Medien und Kopien. Von der Liege bis zur Ware braucht jeder Formulare. So, und ich schwelge halt in der Erinnerung von Star Wars und Krieg der Sterne. So, wie kam ich jetzt da drauf? Wie gesagt, gestern, das ist so genannte Sommer noch, zeigte ja, dass jetzt Konzerte wieder waren und so weiter und so fort. Und wenn man sich das alles anschaut, dass es nicht mehr so besucht wird, wenn die Conventions nicht mehr so besucht werden, wenn die Conventions sich dauernd neu formieren, sich dauernd neu erfinden und aus Star Wars plötzlich Marvel oder DC wird. Meiner einer ist, wie gesagt, Dienstleistender. Ich war mal Fan. Du auch. Und somit geht diese Sendung on air. Ab September. Du warst Fan. Ich auch. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich lade keinen mehr ein. Ich habe genügend eingeladen. Es waren auch genügend Leute da. Ich mache auch keinen Stammtisch mehr. Samstags ist jetzt, wird gesagt, geschlossen. Es wird auch alles aus den Fenstern herausgenommen. Die gesamten Dekorationen werden irgendwie umdrapiert. Die werden irgendwo anders hingesetzt. Irgendwie hat auch das Auge zu viel schon gesehen. Und es muss was Neues her, was Schöneres her. Es muss was Neues dargeboten werden. Ich war Fan. Du auch. Das ist eine tolle Geschichte. Wir Fans können schwelgen. Weißt du noch, wie das so war? Wie wir die VHS-Kassetten besorgt und das alles. Wie gesagt, diese Woche war hochgradig interessant, da ich ja auch, wie gesagt, eine uralte Geschichte von vor ist, auf DVD umändern musste. Und wie ich dann gesehen habe, wow, das war aus 7. Eine Uhr, also von 1999, aufgezeichnet bei ProSieben. Wie ProSieben das noch irgendwie gezeigt hat, das Ganze mit Star Wars. Weil hin und wieder konnte man ja auch im Fernsehen Star Wars sehen. Hallö. So, zum Abschluss. Ich mache mal wieder so einen Abschluss. Du bist Star Wars Fan. Wir waren Star Wars Fans. Du auch. Ja. Ich war mal ein Star Wars Fan. Bin keiner mehr. Händler. Auch nicht mehr, weil lohnt sich nicht. Mit Star Wars Handeln lohnt sich nicht. Ein heilloses Durcheinander bei Disney. Weil Disney ist ein Disney-Produkt und die wollen es festhalten und lassen nichts zu. Lohnt sich nicht. Es lohnt sich auch keinen Beitrag zu machen. Deutsche, hier in Deutschland lohnt sich das alles nicht. Weil es ist, es bleibt ein amerikanisches Produkt und man muss dort eintauchen. das übersetzen und dann für den Deutschen. Und die Deutschen haben gar keinen Bock. Also jedenfalls alles, was um mich herum ist, hat da keinen Bock. Hallöchen, das brauchen wir auch. Ja, wie gesagt, heute hatte ich so viel zu tun. Da habe ich euch dieses Live-Video mit tak, 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 schnitt, schnitt, schnitt gemacht. Weil Kunden kommen nicht vor die Kamera. Weil es keine Kunden mehr gibt vor der Kamera. Weil es auch keine Fans gibt vor der Kamera. Weil alles so ein bisschen merkwürdig konsummäßig geworden ist. Kaufen, kaufen, kaufen. Machen, machen, machen. Tun, tun, tun. Freunde, Freunde, man, forget it. Es gibt auch keine Freunde in dem Sinne. Einerseits nicht bei Star Wars. Ein heilloses, es war eine tolle Idee. Aber jetzt gibt es halt nur noch, ich war Star Wars Fan, du auch. Ja, es war einmal. Es kommt nicht wieder, keine richtige Interesse. Also ich werde verschwiegen Star Wars mir ansehen. Weil meine besten Freunde, auch, sind abgesprungen. Haben irgendwie das Interesse von Star Wars verloren. Sind ja nicht so involviert, wie ich es war. Ich war richtig involviert und ich habe auch richtig viel Spaß gemacht, auch in die Club zu springen. Gute Club, gutes Cosplay. Aber keine Zeit, sich jetzt bei 501 einzuschreiben. 100% gradlinig. Ah, nee. Also erstens möchte ich nicht dazugehören, weil ich gehöre nicht dazu. Und zweitens ist Disney Disney. So. Ich hatte vorhin schon mal, und das werde ich auch immer wieder wiederholen, habe nichts dagegen, wenn Disney die Mickey Mouse oder Donald Duck da irgendwie oder den Pluto als Chewbacca. Habe ich nichts gegen, finde ich super toll. Aber wie gesagt, McGregor sagte auch gerade, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ihr darauf kommt. Ich bin nie gefragt worden. Natürlich würde ich es tun, ein Obi-Wan-Kenobi-Film. Warum denn nicht? Ist klar, Geld verdienen. Kein Schauspieler würde Nein sagen, wenn er gefragt wird. Ja, es würde sogar einen Qui-Gon-Gin-Film geben, wenn Nielsen gefragt würde. Natürlich. Klar, warum denn nicht Geld verdienen. So. Wir müssen jetzt Abschied nehmen mit I9 von diversen Schauspielern und der Story Obi-Wan-Kenobi mit seinem beziehungsweise Anakin. Wir müssen uns von Anakin trennen. Wir müssen von Darth Vader langsam mal trennen. Wir müssen uns das vom Ganzen mal trennen. Wir müssen das Ganze packen. Ich war mal ein Fan. 77 bis keine Ahnung, irgendwann ist Schluss. Heute ist hier Schluss. Ich bin kein Fan, war kein Fan, bin Händler und Dienstleistender. In der Dienstleistungsbranche da bleibe ich, aber Handel Handel treiben lohnt sich nicht. Die Preise fliegen einem um die Ohren, das hatte ich euch vorgestellt. Die Figuren gibt es mittlerweile für 5, 6, 7, 8, 9 Euro und wenn er auf eine Convention geht, zahlt er 100 Euro, 90 Euro, 50 Euro oder 300 Euro. Also ihr müsst sehr viel Geld mitnehmen zu einer Convention um dort überhaupt ein Schnäppchen. Also Schnapper macht er da nicht. Das ist schon mal klar. Auf irgendeiner Flohmarktkiste, Flohmarktbörse sicherlich, aber ob man damit froh ist. Jeder muss für sich selbst entscheiden. Ich habe entschieden, bin weder Star Wars Händler, bin weder Star Wars Fan. Ich war es mal. Vor langer Zeit, Ende aus, Mickey Mouse. Die E7 kam, war ja noch super toll alles, muss ich gestehen, da war alles noch Luft. Seit 8 ist die Luft raus und mit Hand Solo ist die Luft verpufft. Und natürlich werden noch einige Sachen gemacht. Gerade sind zwei Einheiten geliefert worden. Ich bin jetzt bei 50. Ich habe jetzt also 50 Einheiten von D. Augustinis Falken. Jetzt fehlen noch 50. Mal gucken, wie schnell ich sie zusammen bekomme. Rechnet es aus, 12 Euro mal 50. Richtig Schotter, richtig Schotter habe ich schon hingelegt. Und jetzt, also die erste Hälfte von 600 Euro habe ich schon am Tisch gelegt. So, jetzt kommen die weiteren 600 Euro, die ich am Tisch lege, damit D. Augustini seine 1200 Euro bekommt und ich meinen Falken, den ich dann genüsslich zusammenbauen werde. Den werde ich alleine zusammenbauen vor laufender Kamera. Es gibt keine Sendung mehr. Es gibt eine neue Sendung. Ich war Fan, du auch. und die ziehe ich alleine durch. Stammtisch geschlossen, kein Bock mehr drauf. Wie gesagt, das Ganze da ist Deko. Wir sind und ich auch nicht Spielwaren. Sind wir nicht, wir sind kein Spielwaren. Faktgeschäft sind wir nicht. Ja, hier wird kein Spielwaren verkauft. Wie gesagt, reine Dienstleistung, Foto und Film und Copy. Hi. Hi. Copy? Warum bin ich kein Star Wars Fan mehr? Kann ich euch so sagen. Erstens gibt es keine richtigen Star Wars Fans mehr. Es gibt auch keine Star Wars Freunde und es gibt auch nicht diesen Flair, den ich mir vorgestellt hatte. Gibt es nicht. Habe ich schon seit Jahren hier nicht. Egal, wenn ich im Rhein-Ruhr-Zentrum ins Kino gehe, Cine, Max oder so. Dann sehe ich vielleicht mal ein Schwert oder vielleicht mal einen, der verkleidet, also die Cosplay erscheint, wenn überhaupt. Und diese Niederschmetter, also der 7, der war ja super. Da waren alle Kinos Star Wars. Wirklich. Da waren keine Ahnung wie viele. Ich glaube 10 Stück alles nur Star Wars. 7, das war, aber trotzdem, bei 7 habe ich nur 3 in Cosplay gesehen. 3. Sonst alles normal in dieser Kluft. Ganz normal. Jetzt bei Herrn Sohle hatte ich das große Vergnügen, 5 neben mir gehabt zu haben. Viel Spaß. Wirklich, wir hatten viel Spaß alles so in meinem Alter. Und es waren auch welche da, die halt ein T-Shirt an hatten. Die waren da ein bisschen älter. Die waren schon 60, 70. Ich musste schon staunen. Also alles altere Semester an 30, 40, 50, 60 saß da ziemlich wenig. Im Kino ist so voll. Braucht kein Hype. Aber der Film ist angekommen. Hans Sohle ist angekommen. Hans Sohle hat Spaß gemacht. Das ist das Einzige, was wir heute im Jahr 2018 drüber reden können. Der Restliche ist ja alles nur Edcom. Es erscheint. Aber was da erscheint, ist klar. Es lohnt sich aber nicht mehr Fan zu sein. Es ist jetzt Disney. Ich hasse auch nicht. Um Gottes Willen. Nur ziehe ich mich zurück und mache die Sendung. Ich war mal ein Fan. Du auch. Dann können wir drüber philosophieren. Wir können auch drüber philosophieren, wieso wir aufgehört haben, Fan zu sein. Also ich hätte jetzt hier welche, die kofferweise mir Star Wars Sachen geschickt haben. Wenn ich das hätte jetzt hier alles aufgekauft, hätte ich eine reine Star Wars Bude. Aber hätte keinen interessiert und ich wäre sehr, sehr viel Geld los. Ich meine 1200 Euro für D'Augustini ist schon ein Hammer. Und wenn ich den X-Wing auch noch nehmen sollte, bin ich wieder 1200 Euro los. Also 2500 Euro, um tote Gegenstände in ein Fenster zu setzen und davon auszugehen, dass irgendwelche darauf ansprechen und sich mit mir darüber unterhalten. Noch nicht einmal eine Unterhaltung findet statt, es findet nur verkaufstechnisch statt. Hätte ich mal festgehalten, dann wäre ich heute reich. Das hat mit Fansein nichts zu tun. Ein Fan, mit dem kann man philosophieren, mit einem Fan kann man Spaß haben. Aber ich habe weder Spaß, weil es sind keine Fans. Der eine will kaufen, der eine will verkaufen und der andere interessiert sich nur am Rande. Das war schon immer so. Ich fand es ja toll, also ich bedanke mich immer noch total recht herzlich an denen, die da waren. Ja, und es war eine Menge da. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, eine Sendung zu machen über Star Wars, wenn Disney nicht einmal in der Lage ist, einen Fanservice auf den Weg zu bringen. J.J. Irons sagt, oh, Fanservice, muss nicht sein. Von Cash and Kelly hört man gar nichts mehr. Im Moment ist klar, die hat eine Ohrlasche gekriegt ohne Ende durch Han Solo und so weiter. Ich meine, jetzt macht es auch keinen Spaß mehr, Fan zu sein, wenn man sowas liest. Oh, E9 soll gesplittet werden, soll zwei rausgemacht. E9 hat ja schon mal erst mal ganz groß Schwierigkeiten mit Avatar. Ja, die Frage lautet nur, meine Familie, wo wollt ihr jetzt rein? Avatar oder Star Wars? Und die Kinokarten sind nicht gerade billig. Ja, wenn man in einer vierköpfigen Familie in zwei Filme geht, Halleluja, dann kann ich mir das Weihnachtsgeschenk doch sparen, oder? Aber so viel Geld kann ich Weihnachten gar nicht rankarren wie teuer Kino. So, ich mache, wie gesagt, eine Sendung weiterhin Spaß. Ich war Fan, du auch. Oder du warst Fan, ich auch. Mal sehen, das sind Satzklaubereien da. In jedem Fall bin ich keiner mehr. Mich interessiert das auch alles nicht mehr. Ich gucke mir das am Rande an, werde mich langsam zurücklehnen und mir die Resistance anschauen, also Resistance, dann bisschen Rebels, Rob Waden, dass ich endlich die DVD oder Blu-ray endlich bekomme. Dann heute in vier Wochen Han Solo, da freue ich mich wirklich drauf, dass ich den dann wirklich zu Hause mir anschauen kann, weil ich halt Lust habe, diesen Film nochmal zu sehen. Als Filmemacher habe ich leider ein Problem. Ich habe ein Video-Gedächtnis, das heißt, also wenn ich was gesehen habe, bleibt dieser Ablauf stecken und ich sehe ihn. Ich kann ihn jederzeit abrufen. Es dauert sehr lange, bis irgendwelche Sachen gelöscht werden. Es dauert auch sehr lange, bis ich diesen sogenannten Löschbefehl habe. Komm, lösche es, schaue ich es neu an. Weil, wenn ich es einmal gesehen habe, so intensiv, so wie jetzt, Star Wars so intensiv, gelebt, erlebt, verlebt sich das auch. Nach 41 Jahren ist die Luft raus. Jetzt mit Disney erst recht kaum was Vernünftiges, weil sie kaum was Vernünftiges, die Star Wars Verrückten, da passiert nicht, ich sage das Wort schon, sind Verrückte, nehmen Wascheimer, machen Augen drauf und Leute, na, jedem das seine, aber ist halt. Ja, nehmen, gucken ja, wo die Star Wars Foto. Ich meine, die Franzosen da, Normandie, die haben tolle Sachen. Artwork, Europe, aber es passiert ja kaum was. Das steckt ja auch alles. Das ist ja auch nichts. Nix, da sieht man, okay, viel Nackt sieht man jetzt, viele Mädel sieht man jetzt, wie da irgendwie einen auf Star Wars. Die Star Wars Mädel sehen auch klasse aus, muss ich gestehen, toller Buddy und so. Es sind auch tolle Fotoshootings, aber wenn ich mir das so angucke, es ist immer ein und dasselbe. Es passiert gar nichts mehr. Nichts mehr. Die Luft bei Star Wars ist raus, tut mir leid und ob ich nochmal Fan werde, glaube ich kaum. Figuren, Hasbro-Figuren, Vintage-Figuren, Sideshow, das kostet so viel Geld und das ist ja eh irgendwie auf Halde, ja, auf Halde, um es dann irgendwann mal auszugehen. Ja, ich verarschiehe mich total recht herzlich. Ich war mal Fan, du auch, von Star Wars. Tolle Geschichte. Sogar McGregor gestutzt, Film über Obi-Wan, Kenobi, weiß ich gar nichts von. hat er gerade vor einer Stunde in einem gesagt, ja. Ich meine, die große Seifenblase ist da, wo überall reinpicken, da überall zischt die Luft raus. Der eine will, ja, 13,3, warum gibt es denn kein 13,33? Der andere weiß das Wort, warum gibt es denn kein Old Republic? Disney will verkaufen und Disney will das verkaufen, was Disney will und nicht, was wir wollen und das macht, ja, da hat man einfach keine Lust mehr. Man hat auch keine Lust mehr, über Star Wars zu reden, weil die Luft ist raus. Star Wars ist die Luft raus, es macht keinen Spaß, darüber zu reden. Man kann zwar mit einem Sammler reden, der da, sagen wir mal, R2D2 sammelt oder in allen Variationen, man kann alles mögliche machen, aber mehr nicht. Als Händler hat es Spaß gemacht, als Händler hat es richtig Spaß gemacht, die leuchtenden Augen zu sehen, oder jetzt, bist du Fan? Ne, bin ich nicht. Zum Beispiel, oder ich hasse das. Überwiegend. Die meisten sind keine Fans, die meisten sind Hasser und die anderen denen interessiert das nicht. Also ich habe schon, diese drei negativen Blöcke habe ich. Interessiert mich nicht, mag ich nicht, hätte ich mal, hätte ich mal, dann wäre ich jetzt reich. Ja? Also, es macht keinen Spaß. Star Wars muss Spaß machen, man muss richtig Spaß machen, man muss richtig Lust haben und nicht nörgeln und hält mir zu warm, nee, kein Zeit, keine Lust. Nee, ich mache alles alleine und mich interessiert das nicht mehr. Du bist, du warst Star Wars Fan, kuckuck, ich auch. Ich war mal Star Wars Fan, bin es nicht mehr. Tschüss. 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 Tschüss.